Hallo, ich hoffe ich bin jetzt nicht mit der Hand wieder aufs Mikrofon gekommen Hier ist jetzt auf jeden Fall eine schöne Landschaft, hier ist so ein bisschen Eis halt Hier geht es jetzt so ein bisschen weiter und hier geht der Catch auf jeden Fall schön in den Wald hinein Hier fokussiert er nicht so ganz, dann geht es auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter Wir haben wieder zwei Hunde auf jeden Fall dabei und werden hier jetzt ein bisschen rumlaufen halt Stand doch vorher schon in der Beschreibung auch schon drin halt, dass wäre der Boden nicht gefroren, wäre es hier eine relativ gute Matschstruktur Sieht man hier auch, also ja, ist auf jeden Fall denke ich mir auch ein bisschen matschig, wäre es nicht gefroren halt Von daher Autofokus, stört mich der Wind gerade nicht so sehr Also, Catching, Catching oder irgendwas, ich spreche es immer falsch aus, naja, egal, bis gleich Also hier gerade gesehen, ich hoffe, wie kann man das irgendwie halt sehen halt Ja, jetzt sieht man es auf jeden Fall, Autofokus, dankeschön Hier gibt es auf jeden Fall auch Wildschweine, das bedeutet, nicht nur vor Muggels müssen wir uns hier wehren, sondern auch vor Wildschweinen Aber ist auf jeden Fall, also ist nice hier halt, es ist auf jeden Fall ein bisschen windig halt Ist auf jeden Fall ein bisschen windig, auf jeden Fall eine schöne halt Strecke, die man hier auch schön halt längs laufen kann Ist auf jeden Fall nice, schön mal eine Runde in die Natur, yay Natur, 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 mach ich gleich mal, gucke ich gleich mal, wie weit der Cage noch entfernt ist Also, wir sind auf jeden Fall jetzt auch noch mit den beiden Hunden hier los, ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen was sehen Wir haben jetzt, äh, müssen noch circa 400 Meter, äh, irgendwo nach der hinten auf jeden Fall Wird auf jeden Fall witzig, denke ich mal, bis gleich So, hallo, wir sind ja gerade noch auf dem Äste-Wanderweg, zum Beispiel Weißtann, Weißtann ist eine Edeltanne und entsteht ja noch ganz viel Informationen auch noch über die Tanne halt Und ganz unten hier zum Beispiel auch noch halt, was das halt für Bäume sind und hier sind natürlich auch schon gleich die Tannen auch schon vertreten Das finde ich, ähm, sehr nice halt bei den Äste-Wanderwegen, dass es hier auch noch so schöne Informationen halt auch noch gibt halt Und das macht es natürlich auch schon sehr halt nice auf jeden Fall Ja, weiter geht's, wir haben noch ein bisschen vor uns noch ein paar Meterchen Autofokus Und hier werden wir jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen halt wandern hier Auf dem Äste-Wanderweg Was hier auch noch sehr informativ ist, ist halt die Moorbirke, kann man das auf jeden Fall sehen Ich hoffe mal schon, hier wird so ein bisschen auch schon wieder halt erklärt Hier wird die Moorbirke gezeigt und, äh, wie ihr sehen könnt, hier sind auf jeden Fall auch welche da Also, am Schild auf jeden Fall Ich finde das total klasse, dass sie das halt auch hier gemacht haben und halt auch so ein bisschen Bildung halt Also das bedeutet, ihr könnt ein bisschen durch den Wald laufen und habt nebenbei quasi noch Bildung Und das ist auf jeden Fall, also was sie halt an der Äste gemacht haben, auf jeden Fall halt schon cool halt Also für jeden, besonders der sich noch für Bäume interessiert, natürlich noch halt, äh, ein bisschen genialer halt Aber für Leute, die zum Beispiel auch nicht daran interessieren, können sich damit auch zum Beispiel halt ein bisschen bilden Oder halt auch ein bisschen was über die Natur halt einfach auch erfahren halt Und müssen dann halt weniger halt irgendwas anderes machen Ich muss sogar gucken, ob ich hier nicht halt auf meinem Mikrofon bin, aber ich glaube, das bin ich nicht Also heute ist auch echt schönes Wetter halt Von daher werden jetzt, glaube ich, wir müssen noch, äh, circa, oh, ein bisschen über 200 Meter halt in die Richtung da hinten Und da werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal hinstratzen in aller Ruhe Wir sind hier auch ganz in der Nähe auf jeden Fall im Cage Die Muggel, äh, Warner und halt, äh, Sucher sind auf jeden Fall auch dabei Nein, die wollten es reintun da Achso, warte Hallo, es ist grad, äh, mega windig hier halt Mir ist doch echt arschkalt gerade, weil meine Finger sind, oah Oah Minus, äh, ja, oder plus ein Grad, aber scheiße windig halt Die, die bei den Hunden sind noch ein bisschen am Spielen Äh, Cage hab ich auf jeden Fall gefunden, hier ist mega viel mit Spielzeug drin Wird ich gleich was tauschen auf jeden Fall Danke für den auf jeden Fall, der es hier irgendwie hat, äh, hingelegt hat Super Sache auf jeden Fall, geil gefunden hat Mega Spaß gemacht, auch wenn's mega scheiße kalt ist Und mich echt gleich freuen, wenn ich gleich wieder reinkomm in's warme Wald Scheiße kalt Aber so ist ja nun mal, äh, ja, manchmal halt auch in der Kälte suchen So, ich hab angefangen am Anfang des Jahres, irgendwann wird's ja wärmer Von daher, ähm, ja, ich meld mich gleich noch, wenn wir, äh, auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin und so Grüß gleich Hallo, ich bin jetzt übrigens zu Hause, ihr seht jetzt auch grad ein wunderschönes Einhornbild Ist, äh, hab ich nicht gemalt, also von daher, keine Sorge Jo, äh, es war heute halt so ein bisschen windig halt Bezüglich halt also, als wir durch den Wald gegangen sind, war's halt noch recht gechillt halt Und als wir, äh, auf so ein, so ein offenes Feld halt so kamen, da war's halt doch schon ein bisschen windig Und da war auch der, der Cage halt auch mit versteckt Von da war's da halt ein bisschen windig und da war's auch, oh, wirklich schon ein bisschen kalt Und da war echt meine Hände schon wirklich halt, äh, kalt halt, ne Und jetzt sind sie aber schon wieder gut aufgewärmt, weil nach und dann wieder durch den Wald Da war's wieder angenehm, war auch mit der Sonne und nicht windig halt Da war's wieder angenehm, aber so ist es halt immer manchmal im Norden Auf jeden Fall Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr alle zugeguckt habt Und, äh, dürft natürlich auch gerne wieder fleißig weiter halt zuschauen Und natürlich auch Kommentare da lassen oder halt auch positiv oder negativ auch mal das Video bewerten Ähm, wenn ihr natürlich ein Cage habt bei euch in der Nähe der so, äh, oder halt, äh, Cage, wo ich vielleicht mal gerne mal hingehen sollte Im Raum Hamburg und halt auch in Nordniedersachsen halt, da wo ich auch, äh, circa auch herkomme Kann ich das natürlich gerne mal tun und kann auch gerne auch mal hinfahren Einfach halt unten in die Kommentare halt reinschreiben Und dann gucke ich mal, wo sich dieser Cage auf jeden Fall halt auch befindet Und wie ich da natürlich auch am besten halt hinkomme Oder vielleicht auch einfach mal Tour laufen, mal mehrere Je nachdem, ich wollte auf jeden Fall auf jeden Fall, äh, la 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 Ich wollte auf jeden Fall auch nochmal irgendwann mal einen Multi auch nochmal ausprobieren Dafür muss ich natürlich upgraden halt Das glaube ich, werde ich aber eher im Sommer machen Weil im Sommer ist auf jeden Fall, oder beziehungsweise im Frühling oder so Anfang Sommer Da ist auf jeden Fall auch das Wetter ein bisschen besser Und dann ist es nicht so arschkalt so Natürlich denke ich mal, wenn ich noch irgendwann, äh, wenn ich das natürlich jetzt auch häufiger machen werde Auch noch eine bessere Kamera einfach holen Weil ich habe jetzt so eine DigiCam von Medion Und die ist ja nicht so sonderbar Gut, besonders auch mit dem Autofokus und auch das Mikrofon ist nicht so nice Ich meine, meine Handykamera im Handy ist halt besser Aber ich kann nicht mit dem Handy gleichzeitig halt catchen und quasi halt dann auch noch auf Handy filmen Das ist ein bisschen schwierig halt also Von daher, jo, ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, weil, äh, ich hab mich ja schon bedankt so ungefähr, dass ihr halt, äh, so lieb und nett hat auch zugeguckt Möchtet auch gerne, wenn ihr wollt ein Abo dalassen Und ich sag einfach Mal, bis zum nächsten Mal Sag dir auf jeden Fall, der Ekto wolle, auf Wiedersehen Tschüss.